Und gebäämm, da fliegt Russers Haus fast in die Luft. Wow. Willkommen zu Let's Play News from Russerland. Und nein, ich werde den ersten Teil nicht spielen. Der erste ist nämlich grausam. Und jo, ich spiele dieses Spiel. Hoffe ich, ich werde es sucht. Vor allem hoffe ich, ich komme mit der Steuerung klar. Jo, apropos Steuerung. Ich weiß nicht, wo welche Taste ist. Aha. Und die Musik im Forest of Magic ist einfach awesome. Ja, die Musik ist toll. Das ist Pause. Okay. Ähm. Okay. Wow. Halten. Die Steuerung. So präzise wie sonst nur irgendetwas. Wow. Neun. Ich lasse es nicht meinen. Das werden wir noch oft sehen. Ich kann dieses Spiel überhaupt nicht. Weil das ist echt. Ähm. Steuerung ist echt. Wow. Du, 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 du. Wow. Ne. Lass mich hier irgendwie durch. Und ich werde denn zum Spiel nicht die ganzen Sternchen suchen. Man kann nämlich auch ganz viele kleine Sternchen suchen. Die roten. Wie man sieht. Aber. Au. Das werde ich nicht tun. Weil es ist mir zu anstrengend. Und zu. Das hat mich noch gar nicht getroffen. Wow. Springe nicht in den Abgrund. Nur ist da. Genau. Man kann ja Power-ups halten und so. Wow. Da hätte ich mir ein extra Leben. Oh. Holen können. Und yay. Ich habe den ersten Level geschafft. Und bin nur einmal gestorben. Wow. Ja. Das wird einfach ein ganz normales. Durchrennen. Durch das Spiel. Der Versuch eines ganz normalen Durchrenns. Dü, 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 dü. Dü, 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 ich mag die Musik. Da, 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 da. Nee. Äh. Oh, nein. Ich springe noch, Marissa. Ich hätte gerne ein Power-up. Danke. Lauf nicht weg. So. Oh yeah. Oh yeah. Leben. Ah. So. Äh. So. Und wie dein Tee. Und Raymur. Power. Ist eh die beste Power. Oh. Hilfe. Hilfe. Ha. Nein. Egal. Ich suche ja nicht nach den... ...vielen Sternchen. So. Au. Das war so nicht geplant. Ja. Fail. Ein Fail nach dem anderen. Genauso wird es ablaufen. Oh yeah. Da freuen wir uns doch alle. Aber ich gehe das Leben ja zurück. Boah. Das ist echt schwierig. Ein Punkt genau auf dem Gegner zu landen. Sehr schön. Ich habe sie hoch geschafft. Das bringt mir nur nichts außer zwei Sternchen. Oh. Oh. Ne. So. Doch. Ihr blöden Schlampen. Nein. Meine Sternchen. Und da ist die Monster weg. Und sie wurde nie wieder gesehen. Du. 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 Oh yeah. Stage 3. Wieso tue ich mir das überhaupt an? Und eine Höhle. Boah. Ne. Ich kann echt. Ich kann echt. Nicht. Punkt genau auf Gegnern landen. Das hat auch nicht so funktioniert wie geplant. Ja. Ha. Und Pilz. Nein. Ich will nicht. Ja. Da komme ich nicht dran. Ja. Ich weiß. Man kann hier durch die Wand gehen. Und. Yay. Rote Sternchen. Die mich nicht groß kümmern. Nächstes Level geschafft. Ach ja. Sehr gut. Du. 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 Ja. Machen wir mal weiter. Stage 4. Äh. 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 Gebär. Sehr gut. Und hier möchte ich auch. Lang. Äh. Äh. Sehr gut. Ne. Sterbt alle. Sehr gut. Wow. Double Kill. Nice. Wow. 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 Und wir gehen weiter. Ja. Und äh. Du springst natürlich einfach mal nicht. Ja. Die ersten Stages sind zum Glück. Noch einfach. Da 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 da. Yay. Und Stage 5. Boah. Nö. Scrolling. Ne. Und Sprung. Boah. Wir sprung müssen zu viel für meine Nerven. Boah. Marissa. Du bist ja. Schlimmer als Mario. Und nochmal rüber. Das ist zum Glück sehr langsam scrolling. Und die Musik ist voll wild und fetzig. Und das scrolling total lahmarschig. Ein schöner Kontrast. Du. Du. Ach ja. Ich weiß gar nicht was ich groß sagen soll. Oh. Dich nehme ich mit. Au. Marissa. Schluss dir nicht den Kopf. Auf. Und. Und. Es geht weiter. Und dann kommt gleich schon ein Bosskampf. Also nicht in dem Level. Sondern. in den nächsten. Du. 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 Oh yeah. Fetzige Musik und Sprung. Yay. Und. Marissa. Hat. Ramos. Outfit. Und ihre Power geklaut. Das ist wieder total nett. Und jede Menge Sternchen. Und ich lass mich schieben. Vorm Level. Und. Sehr gut. Schon über 400 Sternchen. Das ist schön. Ich würde sagen. Dann schließen wir noch die erste Welt ab. Du du du. Gegen Alice. Alice. Du. Hast ein schönes Haus. Das aussieht wie ein Schloss. Warum auch immer. Yay. Wow. Weggesnipert. Ne. Ich schieße euch alle kaputt. Und wieder so ein Jonglier. Funzel. Und ein Tee. Lecker. 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 Tee. Wow. 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 Ich bin so gut. Ne. Geh nicht im Tee. Danke. Und nächster Abschnitt. Wow. Ganz ruhig. Äh. Ich mag so ein Layer. Gedönsinnig. Wow. Ja. Ja. Ich werde hier wahrscheinlich. Äh. Sterben. Und eingequetscht werden. Früher oder später. Lass mich hoch. Rennen gegen die Wand an. Dumt. 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 Ja komm. Mach. 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 Du Wand. Warum hat Alice in ihrem Haus eigentlich sich verschiebende Wände? Welchen Grund hätte sie so etwas in ihr Haus einzubauen? Ich verstehe es nicht. Alice du hast seltsame Vorlieben. Was deine Inneneinrichtung eingeht. Vielleicht sollte ich ihr mal Tine Wittler vorbeischicken. Wow. Und vielleicht sollte ich ein bisschen besser aufpassen. Anstatt über Tine Wittler zu reden. Da sind wir ja auch schon. Und du schmeißt explodierende Puppen. Neun. Neun. Tine Wittler. Neun. Neun. die auf den kopf und kloppt dich um warum auch immer und wir werden nie erfahren warum wir alles überhaupt umgeklatscht haben wir haben es einfach getan so machte auch ich bin gerade hier unterwegs da kann ich auch die arme alles mal auf den kopf hauen ja fehlt da nicht irgendwie ein level ich werde uns auch nicht mir die mühe machen irgendwelche secret exit zu suchen also das wird einfach nur ein ganz casual durch rennen gedönse und das ist mir echt zu stressig du 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 ich kaufe mir und ab und ab und ab und einmal ein sehr gut und dann springe ich ein bisschen auf die rum und werden muss da jetzt auf unsere kollegen hier rum springt verabschiede ich mich das war der erste part von let's play super new super muss talent bis dahin und schau schau